Willkommen in der Tech-Stube und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten auf meinem Schreibtisch ohne wirkliches Soundsystem rumgedümpelt und dachte auch zwischenzeitlich, dass das vom iMac komplett ausreicht. Wurde allerdings eines Besseren belehrt und hatte nun die Möglichkeit, die Logitech Z407 für euch zu testen. Diesen möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Ich wünsche euch also viel Spaß. Viel Platz habe ich auf meinem Schreibtisch nicht so wirklich. Es war 1,80m breit und man könnte denken, dass da einiges draufpasst. Aber da ich zwei wirklich große Monitore draufzustehen habe, passt da nicht mehr so wirklich viel drauf. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen davor gesträubt, mir ein Soundsystem zuzulegen, da ich nicht so genau wusste, wo ich das jetzt hinstellen soll. Dann kam aber Logitech auf mich zu und hat mich eben gefragt, ob ich nicht mal Bock habe, die Z407 zu testen. Und da ich mit meiner soundlosen Situation sowieso nicht wirklich zufrieden war und die Z407 auch einen sehr minimalistischen und kompakten Eindruck auf mich gemacht haben, dachte ich mir, jo, machen wir Attacke. Ich persönlich bin eine Person, die viel Wert darauf legt, dass das Setup aufgeräumt ist und vor allem auch minimalistisch. Und dementsprechend bin ich sehr froh darüber, dass der Kontrollpunkt, der also für die Steuerung des Sounds der Anlage verantwortlich ist, komplett kabellos ist. Er funktioniert mit den mitgelieferten Batterien und kann dadurch auch überall platziert werden und ist eben nicht nur zwingend in der Nähe des Subwoofers aufstellbar. Bei den Speakern gefällt mir gut, dass sie leicht und kompakt sind und sich gleichzeitig senkrecht, aber auch waagerecht aufstellen lassen. Ich habe mich hier jetzt momentan für senkrecht entschieden, bin mir aber auch noch nicht sicher, ob ich das beibehalte. Und aufgrund von ihrer Größe, die eben nicht wirklich groß ist, werden sie auch bei einigen Leuten wahrscheinlich unter die Monitore passen. Ich habe mich jetzt aber auch hier bewusst dazu entschieden, sie eben links und rechts neben die Monitore aufzustellen. Kommen wir zu den Verbindungsmöglichkeiten. Und gerade da habe ich mich wirklich gefreut, denn bei meinem iMac ist der Klinkenanschluss nicht mehr so wirklich funktionsfähig. Das ist aber auch kein Problem, denn es gibt zwei weitere Verbindungsmöglichkeiten bei den Z407. Ihr könnt sie entweder mit Micro-USB verbinden, aber auch mit Bluetooth. Und letzteres gefällt mir richtig gut. Da man in erster Linie nochmals ein Kabel spart, also man muss nicht nochmal ein Klinkenkabel oder eben ein Micro-USB-Kabel verlegen und man kann eben auch super schnell mal die Audioquelle switchen. Dementsprechend schließt ihr einfach beide Speaker beim Einrichten an den Subwoofer an. Der Subwoofer bekommt noch ein bisschen Strom und dann seid ihr auch eigentlich schon ready to go. Einfach per Bluetooth verbinden und dann könnt ihr eben auch mal schnell die Audioquelle zum Beispiel vom iMac zum iPhone oder so wechseln. Jetzt noch ein paar Worte zum Sound. Ihr habt es ja schon gesehen, die Lautsprecher sind eher klein und kompakt. Und dasselbe gilt auch für den Subwoofer und man könnte natürlich erstmal erwarten, dass der Sound jetzt nicht so gut ist. Aber gerade eben für Leute, die nicht so viel Platz haben, sind die Z407 eine wirklich gute Lösung, denn ich muss sagen, dass der Sound wirklich gut ist. Die Tiefen sind dank des Subwoofers sehr kräftig, aber auch nicht zu stark und die beiden Lautsprechern liefern dazu noch angenehme Höhen, damit also ein Gesamtbild entsteht, welches wirklich sehr stimmig ist und sogar noch besser, als man es eigentlich von so relativ kleinen Lautsprechern erwarten würde. Das ist ein Gesamtbild. Kommen wir also jetzt zu einem abschließenden Fazit. Mir gefallen die Logitech Z407 wirklich gut. Sie integrieren sich sehr gut in mein cleanes Setup, liefern guten Sound und funktionieren vor allem ohne viele Kabel. Und das ist eine sehr coole Sache. Gerade die Steuereinheit sieht eben aufgrund dessen, dass sie kabellos ist, sehr schick aus. Mit der könnt ihr übrigens natürlich die Lautstärke ändern. Ihr könnt einen Song überspringen bzw. zurückgehen und natürlich auch pausieren bzw. weiter abspielen. Wenn ihr also jetzt auf der Suche nach schlichten Lautsprechern seid, die vor allem nicht viel Platz wegnehmen und sich eben auch super smart per Bluetooth verbinden lassen, dann würde ich sagen, dass die Logitech Z407 auf jeden Fall mal einen Anschauer wert sind. Aktuell bekommt ihr sie für ungefähr 64 Euro auf Amazon. Auch das ist also ein super netter Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch vielen Dank an Logitech für die Bereitstellung. Das hat natürlich nichts an meiner persönlichen Meinung geändert. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.